Ist das nicht schön, wenn man eine Welt zu 100% geschafft hat, außer die Zusatzkurse? Ist ja auch egal. Wir machen uns auf in die wunderbare zweite Welt und damit... Heyo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kirby und das Vergessene Land. Beim letzten Mal haben wir wunderbar, wunderschön und richtig nice den Boss besiegt. Viermal, einmal normal, einmal mit Schwert, einmal unter zwei Minuten, einmal in der Demo und einmal damageless. Schaut euch die letzte Folge an, war sehr, sehr episch. So, und jetzt geht's an den einsamen Strand Welt Nummer 2, Nummer 2. Oh, das Wasser, das sieht so gut aus. Okay, kann Kirby schwimmen? Wir kriegen einen Rettungs-O-M-G. Okay, let's go, ich hab mega Bock. Scheint die Bösen zu sein. Ja, ich bin aber geupgradet. Genau, das letzte Mal haben wir auch den Shop freigeschalten und gesehen, dass wir einfach ultimativ stark werden können. Oh, ne Kokosnuss. Oh, ist da Mond drin? Nein, eine Babyflasche. Okay. Knacke, drei Klopf-Klopfnüsse. Ja, versuche ich. Zack, zack, zack. Oh, oh. Hätte auch sein können, dass er gut war. Ups. Das Problem ist, dass es jetzt, das ist jetzt schon ein bisschen mehr Open World. Oh, oh, oh. Du bist ein Krokodil. Guten Tag. Äh. Du bist aber nicht besiegbar. Okay. Sinus. Perfekt. Das habe ich gesehen. Das sieht, das sieht auch jeder. Ein verstecktes Erklär-Item. Uah. Okay. Ich habe nichts gesagt. Entschuldigung. Es tut mir leid. Ähm. Ja. Okay. Wir suchen natürlich noch weiter nach der... Oh, Feuer. Fühle ich. Oh, aber oder Ringe. Ah, na. Feuer. Es tut mir leid, aber Feuer. Es sieht einfach mal zu episch aus. Mach das mehr... Kann ich das... Naja, es springt halt. Ist ja aber auch egal. Oh, lol. Oh, je nach... Ui, ui, ui. Komm, den machen wir auch damageless. Let's go. Naja, so viel dazu. Ich brauche meinen Feuer-Ability. Hallo? Wilder Bonkers heißt der. Okay. Damageless war hier dann wohl doch nicht drin. Auf jeden Fall down ist er. Wir kriegen einen Hammer. I'd like to have this. Ja, aber damit sind wir jetzt halt nicht so stark, gell? Aber Hauptsache, wir haben ihn freigeschalten. Oder wir brauchen ihn gleich für irgendwas. Weil das meistens so... Wo ist hier denn keine Klopf-Klopfnuss mehr? Das ist so ein... Wie an einem... Der hat sich jetzt Secret vermutet. So, was haben wir hier hinten? Ich muss schon sagen, der Bereich hier ist ziemlich groß. Das störe die Sand-Skulptur. Ja, schön, dass ich das geschafft habe. Kann man Wall-Jump mir? Ich habe keine Ahnung. Light down. Ich gehe erstmal die Leiter da hinten. Da fühle ich mich besser mit. Die sieht doch jeder... Was, wenn man hier hoch kann? Die kann man nicht. Ei, nicht runterfallen. Okay, perfekt. Ich sage es euch, wir brauchen noch den Hammer. Der ist jetzt despawned, oder? Nein, ist er nicht. Achso, ich muss... Ja, manche muss man einsagen und hier nicht. Okay, wir haben den Hammer. Ui, 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 ui. Okay. Der Hammer ist episch. Und ich entschuldige, dass ich dich angezweifelt habe. Ich vergesse, wir müssen jetzt auch hier wieder Waddle Deez retten. Ich wollte es schon sagen. Hier sind es nur drei. Okay. Was haben wir noch für ein Achievement? Die Klopfknüsse, die Sandskulptur haben wir schon. Sehr schön. Wie ich das richtig gesehen habe? Ne, im Wasser war das, wo wir uns schneller fortbewegen. Ja, genau. Für kurze Zeit. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, die sind nicht gut, wenn wir da reingehen. Ich will es trotzdem... Will ich es testen? Ich will es nicht. Ne, will ich nicht. Schildgründe... Oh, war die böse? Ah, die da haben... Da und... Warte, 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 warte... Oh, was war hier? Ne Kirsche. Ach, komm, die nehmen wir mit. Bisschen essen. Das ist wichtig, Leute. Und der bewegt sich sogar. Das ist ein super Strudel-Tornado. Wie heißen die? Ich würde sagen... Ah, wir werden verfolgt. Ah, helft mir, Leute. Okay, müssen wir uns jetzt hier entscheiden, ob wir rechts lang wollen? Nein, müssen wir nicht. Aber hier. Also, das sieht jeder. Also, hoffe ich. Oder... Ne, das ist schwer versteckt. Das sieht eben nicht jeder. Hier haben wir... Ein... Was ist denn? Oh, du explodierst. Ja, das finde ich jetzt ja nicht so gut. Und da unten ist ein Waddle-D. Ne Höhle. Ne Unterwasser-Höhle. Falls ihr tauchen... Falls ihr so gerne taucht und so. Und auch wenn ihr das professionell macht... Bitte passt auf, wenn ihr in irgendwelche Unterwasser-Höhlen taucht. War das jetzt gut? Oh, nee. Okay, Zeit ist ganz okay. Waddle, die befreit. Aber cooles Konzept mit der Zeit. Hier hätte noch irgendwas versteckt sein können. Ich komme da nie wieder rein, oder? Doch, komme ich. Na dann. Würde ich mich doch hier noch einmal gerne umschauen. Okay, aber hier scheint es sonst nichts mehr zu geben. Außer den schnellsten Rückweg der Welt. Ja, ich weiß, ich könnte die Gegner besiegen. Aber ich weiß nicht, ob das das was bringen würde. Ich mache mir die ganze Zeit sorgt, dass wir die letzte Kokosnuss verpasst haben. Weil die anderen beiden waren halt im selben Bereich. Und die ist jetzt halt so... Und die letzte ist halt so... Oh, lol. Ja, random. Aber super. Und oben halten. Hier ist aber sonst nichts mehr. Oh, Attacke auf die Schildkröte. Die Safe-Böse. Oh, was ist das? Was ist das? Kaffee oder eine Cola? Eine Cola. Oh, wir haben safe was verpasst. Hinter dem Wasserfall vielleicht. Hätten wir noch was? Nee, leider nicht. Okay. Ich bin mir sicher, wir haben so eine Kokosnuss verpasst. Oder Klopf-Klopfnuss. Entschuldigung. Oder haben wir wieder Kirby-Janisch? Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Was kann ich ein... Nee. Ich werde das schon behalten. Ich werde das einsaugen. Ich hinterfrag's einfach mal nicht. Da kann man doch safe hoch. Nicht? Was ist mit diesem Krokodil da unten? Das ist das. Halt, wir haben den Kollen vergessen. Hier ist nochmal was zum Drehen. Das gibt jetzt aber das super ultimative Ziel. Ah, da war die letzte Klopf-Klopf-Klopfnuss. Woo! So will ich das hier. Ich kann das Konzept verstehen. Ich muss auch sagen, es ist... Oh, ja, 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 ja. Ich muss auch sagen, ich finde es ganz cool. Aber, ähm... Hätte man das jetzt im Spiel gebraucht? Ich weiß nicht. Aber wir haben einen Waddle, die wir bekommen haben. Damit haben wir schon alle drei. Was für ein Secret fehlt uns denn noch? Eins. Aber das haben wir noch nicht erforscht. Okay. Ah, Geld, das nehme ich mit. Warum auch nicht? Wir haben ja erst 2700. Keine Ahnung, ob das viel in dem Game ist. Aber ich glaube, wir sammeln schon ganz gut ein. So, dann würde ich sagen, einfach mal... Das hier ist so... Dieses, dieses, ähm... Uns fehlt noch ein Achievement und wir sind noch nicht fertig. No way. Warte, warte, warte. Was könnte es noch geben? Ich siege alle Gegner. Okay, wir können also nur so schwimmen, wenn wir Kirby haben, dann nicht. Vielleicht schwimmen hier unten durch. Keine Ahnung, das könnte ja sowas sein. Nein, ich will jetzt nicht nochmal alles von vorne machen. Auch wenn mir das Level optisch echt sehr zusagt. Hier habe ich ja vorher schon gesagt, dass man hier vielleicht hoch kann. Aber kommen wir ja auch nicht zum Dingsen. Ähm. Wir können ja jetzt so ziemlich überall ins Wasser. Vielleicht gibt es hier noch so ein Secret, so... 3, 5 Sekunden im Wasser, ohne rauszuspringen. Hier auf der Insel. Nein. Hau die Buchstaben kaputt. Hau hier drauf rum. Fliege über das Wasser ins Ziel. Oh, das finde ich jetzt schade, dass wir es nicht geschafft haben. Vielleicht ist es auch sowas wie, lass dich von keinem Strudel einsaugen. Oder lass dich von einem Strudel einsaugen. Egal, wir sehen es ja gleich. Ich weiß, was das heißt. Nein, wir sind doch so ein Kreis. Und wahrscheinlich ist es so ein O oder so. Oh, Waddle-Dee-Assistent. Der Waddle-Dee-Assistent wurde mit Kirby in den Wirbel gesorgt, als er hörte, dass seine Waddle-Dee-Freunde vom Bestienruhle entführt und ihre Häuser zerstört wurden. Griff er kurzer Hand zum Spiel her und eilte ihn zur Hilfe. Während du die neue Welt entdeckst, kann er dich dabei als Spieler 2 unterstützen. Und Schrank haben wir auch gefunden. Okay, ich würde sagen, dann schneide ich euch das ganz kurz hin, wie wir das vervollständigen. So, hier, Mikrofon aus, damit ich das perfekt schneiden kann nachher. Bis gleich. Ihnen noch ganz kurz Damage-Less gemacht für den Flex. Wie ich es mir schon dachte. Hier, da muss. Ich habe keine Ahnung, was da steht, aber das muss da auf jeden Fall hin. So, perfekt. Alle Waddle-Dees gerettet. So will ich das. Nein, da will ich gar nicht mehr rein. Gut, aber ich dachte es mir schon, dass wir das so machen müssen. Als nächstes geht es in die Beton-Inseln. Schließt den Abschluss an, rettet die verstecken Waddle-Dees und wieder vier oder drei versteckten. Was sagen, waren das jetzt vier oder drei? Drei. Gut. Ich würde sagen, up into the water. Das ist jetzt ziemlich Open World. Hier könnte halt überall was sein. Ich hoffe, das bleibt nicht das ganze Level über so, dass wir so eine Riesenfläche haben. Ich gehe mal zu dem Ball und werfe den. Vielleicht ist das nicht schief. Nein, ist es nicht. Okay. Okay. Hm. What? 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 Oh nein, die Kampfer beiden Seiten. Ich habe den auf der anderen Seite nicht gesehen. Ja, aber der springt jetzt hoch und ist da. Boah, ist der schlau. Boah, der ist schlauer als ich. Boom. Okay. Weiter geht es, würde ich sagen. So, da nehmen wir natürlich noch das Geld mit. Und wir zünden das Wasser an. Zumindest versuchen wir es. Erstmal die zwei weg. Und dann den großen. Okay, habe ich keine Ahnung, was wir für Achievements hätten machen können. Da muss ich selber ein bisschen überlegen. Oh, da ist das schon so eine Zusatzsache. Oh, das sieht aus, als wäre es Zusatz gewesen. Yes. Ja, ein Waddle-D. Aber, oh, hier gibt es vier, okay. Aber, aber ich will so ein Zusatz-Zeugs haben. Weiß ich nicht. Oh, hier sind wieder Kokosnüsse. Diesmal kein Achievements. Den habe ich getroffen. Also, was ist das denn? Perfekt. Oh, neues Item. Okay. Ja, gut. Ach, guckt euch das an. Das wird hier auch von euch verlangt, dass ihr das wisst. Was war das da hinten? Das wollen wir noch, die Rode-Coin. Und ich will trotzdem die Nüsse zerstören. Nein, die darf nicht verschwinden. Oder ist das ein Achievement? Okay, aber das ist hier. Was gibt es hier Besonderes? Ja, stimmt. Das sehen wir ja immer erst am Ende. Oh, ich bin verwirrt, Mann. Okay, haben wir wieder so eine Bridge? Tag. Nein, falsche Richtung. Da lang. Zack. So. Mach die einfach mal alle aktivieren. Also, ich aktiviere die einfach mal alle. Hallo. Hallo, wo bin ich? Das ist unfair. Hallo, darf ich das einsaugen? Eigentlich schon. Da ist das. Ich habe jetzt verpasst. Nein, 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 nein. Das machen wir gleich. Nein, warte. Das könnte aber sein, dass da eins gibt. Ja, aber mir fehlt jetzt eins. Ja, wahrscheinlich hier. Ja, perfekt. Da vorne schiebt sich wieder der Kran hoch und wir bekommen den nächsten Waddle Dee, hoffe ich. Aber wir haben noch kein anderes Achievement, gell? Oh, das macht mir halt Sorgen. Das macht mir halt wirklich, wirklich Sorgen. Kommen ich nach da hinten. Okay. Jetzt muss ich so blöde Möwen finden. Ja, komm, das suchen wir doch gleich mal. Die Gegner haben immer noch so eine weirde Response halt. So, hier ist der nächste. Wo ist der letzte? Ha? Komm, du wirst doch auch wohl noch hier sein. Hier so ganz außen, an der letzten Ecke. Lol. Wieso habe ich das vorher nicht mitgenommen? Seltsam. Ist bestimmt einer. Riecht den schon. Hallo? Zwitscher, Zwitscher? Irgendso könnte ich Zeit sparen. Hier ist auch nix. Die Fische haben eine sehr schlechte... Da! Die Fische haben eine sehr schlechte Framerate. Perfekt. Da wäre das jetzt schief mit auch schon drin. So will ich das. Okay, es war knapp, aber wir haben es. Nicht in den Schrudel. Oh, ich hab's. Ich glaube, so können wir ganz gut die Welt hier skippen. Also halt das Level. Okay, immerhin haben wir wenigstens ein Achievement. Aber da hinten... Ist ja auch noch so eine komplette Insel gewesen. Da rechts. Ihr seht's auch. Oder vielleicht kommen wir da jetzt hin. Das kann natürlich auch sein. Ne, wir verschwinden da komplett aus dem Bereich. Bitte, 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 bitte. Okay. Oh, was gibt's so Besonderes? Nee, da durchkommen wir auch nicht. Okay, dann ist da hinten eine Secret-Insel, wo ich nicht weiß, wie man hinkommt. Und da ist wahrscheinlich ein Waddle-Dee. Perfekt. Oh, nicht runterfangen. Das hier sieht nach einem Stern-Teil aus. Kommen wir auf die... Wir kommen nicht auf die Insel, aber wir kommen... Was ist das denn hier alles? Ja. Ich hab springen gedrückt. I press jump. Sprung. Wenn ich jetzt sterbe hier, weil er meinen Sprung nicht annimmt. Sprung! Bisschen spät, Meister. Aber okay. Waddle-Dee. Waddle-Dees geben mir Heilung, hab ich gehört. Ja. Okay, der auf der Insel, wie man da hinkommt, weiß ich nicht. Oh, nee. Ja, super. Ich hab mein Item nicht mehr. Oh, ich muss ins Ziel laufen. Was fehlen uns denn alles noch? Uns fehlen noch zwei Achievements. Uns fehlen noch zwei Achievements. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ah! Okay, immerhin wird uns eins gesagt. Das ist wahrscheinlich die Insel. Super. Und das andere, ich hab keine Ahnung. Wir bekommen diesen Knochen-Typen. Der komplett weirder Tomate. Wenn deine KP meine Interesse sind, dann ist ruhig eine nahehafte Maxi-Tomate. Damit bist du ruckzuck wieder auf den Beinen. Sind die Tomaten mit Kirby und Korst im Wirbel gefallen und wuchsen sie bereits vorher auf der neuen Welt? Beliebt sind sie auf jeden Fall. Sogar bei einem Bestienrudel. Ich weiß nicht, was das andere Achievement ist. Natürlich, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern. Das ist nicht die Frage. Aber... Ich hab keine Ahnung. Klettertour auf dem... Schön. Danke. Uns fehlen noch drei? Stimmt, der Waddle Dee. Aber der ist wahrscheinlich auf der Insel. Hoffe ich. Okay, da hinten ist auch schon wieder der Boss. Ich seh den von hier. Wir haben sehr, sehr wenig Leben. Ich würd sagen... Wir gehen ganz kurz in die Waddle Dee-Stadt zurück. Oh, wir sind schon bei 9, 20 Minuten. Es tut mir leid, Leute. Okay, dann heile ich mich kurz und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Kirby und das Vergessenland. Wer euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.